Blumenkohl, wie soll ich sagen, japanischer Art. Am besten einen, der ein bisschen kleiner ist, den viertelt ihr. Und diese Viertel werden jetzt in der Pfanne von allen Seiten angebraten. Blumenkohl, von allen Seiten angebraten. Jetzt kommt dazu, weiße vom Lauch, kleines bisschen Peperoni. Da haben wir hier ein bisschen frischen Knoblauch. Einmal anbrechen, dazugeben. Sojasauce, Orangensaft, Brühe jetzt hier, Gemüsebrühe, ordentlich angießen, Deckel oben drauf, kleine Hitze. Eine Viertelstunde ist jetzt um. Jetzt holen wir den raus. Und dann lässt man den Sud, der jetzt hier in der Pfanne ist, erstmal einkochen. Beiden Knoblauchzehen holen wir jetzt mal raus. Ordentliche Prise Honig, weil wir brauchen jetzt ein bisschen Süße. Dann dazu groben Senf. Miso-Paste. Da aber wirklich vorsichtig sein. Miso-Paste reicht. Wirklich so eine kleine Löffelspitze. Jetzt auch den Blumenkohl geben. Und on top würde ich noch sagen, hier, das grüne, was noch übrig ist vom Frühlingslauch, das on top. Dann würde ich sagen, guten Appetit. I like.